Der Prolog von Urit vom 14. September Gedenken Der Tag des Heiligen Kreuzes Erhöhung des allerwürdigen und lebensspendenden Kreuzes Zweier Ereignisse, die im Zusammenhang mit dem allerwürdigen Kreuz stehen, wird an diesem Tag gedacht. Erstens der Auffindung des allerwürdigen Kreuzes auf Golgotha und zweitens der Rückkehr des allerwürdigen Kreuzes aus Persien nach Jerusalem. Die heilige Kaiserin Helena war bei ihrem Besuch im Heiligen Land entschlossen, das allerwürdige Kreuz Christi zu finden. Ein alter Hebräer namens Judah war der einzige, der wusste, wo sich das Kreuz befand und durch die Kaiserin dazu gezwungen, offenbarte, dass das Kreuz unter dem Tempel der Venus begraben lag, den Kaiser Hadrian auf Golgotha hatte bauen lassen. Die Kaiserin befahl, diesen Götzentempel abzureißen und fand bei den Ausgrabungen tief darunter drei Kreuze. Als die Kaiserin darüber nachdachte, wie man herausfinden könne, welches davon das Kreuz Christi sei, kam eine Bestattungsprozession vorbei. Patriarch Methodios gebot, die Kreuze eins nach dem anderen auf den toten Mann zu legen. Als sie das Erste und das Zweite auf ihn legten, blieb der Tote regungslos. Doch als sie das Dritte auf ihn legten, kam der Tote ins Leben zurück. Dadurch wussten sie, dass dies das kostbare und lebensspendende Kreuz Christi war. Dann legten sie das Kreuz auf eine Kranke und sie wurde gesund. Der Patriarch erhob das Kreuz vor dem ganzen Volk und die Menschen sangen unter Tränen, »Herr, erbarme dich!« Kaiserin Helena ließ einen silbernen Schrein anfertigen und das Kreuz hineinstellen. Später eroberte der persische König Chosroes Jerusalem, führte viele Menschen in die Sklaverei und nahm das Kreuz des Herrn nach Persien mit. Das Kreuz blieb 14 Jahre in Persien. Im Jahr 628 besiegte der griechische Kaiser Heraklius Chosroes und brachte in einer prächtigen Prozession das Kreuz nach Jerusalem zurück. Als sie die Stadt betraten, nahm Kaiser Heraklius das Kreuz auf seinen Rücken, doch plötzlich konnte er keinen weiteren Schritt mehr gehen. Patriarch Zacharias sah einen Engel, der den Kaiser darin hinderte, das Kreuz auf demselben Weg zu tragen, in den der Herr barfuß und gedemütigt gegangen war. Der Patriarch teilte diese Vision dem Kaiser mit. Der Kaiser zog sein Gewand aus und nahm in zerlummter Kleidung und barfuß das Kreuz, trug es nach Golgotha und setzte es zur großen Freude und zum Trost der ganzen christlichen Welt in der Auferstehungskirche ab. Die heilige Placilla, die Kaiserin, war die Gemahlin des Kaisers Theodosius des Großen. In ihrer Gesinnung und Tat war sie eine echte Christin. Sie zeichnete sich besonders durch ihre Hilfe für die Bedürftigen und Kranken aus. Als einige ihr sagten, dies würde nicht zur kaiserlichen Würde passen, antwortete sie, es ziemt sich für die kaiserliche Berufung mit Geld zu helfen. Doch mit meinen persönlichen Bemühungen für die Armen gebe ich ihm, der mich gewürdigt hat, dieser Berufung. Sie entschlief in Frieden im Jahr 400. Der gottgeweihte Märtyrer Makarios von Thessaloniki war ein Schüler des Patriarchen Niphon, als sich dieser in Vatopevi auf dem Berg Athos dem Leben der Stille, griechisch Isychia, widmete. Makarios sehnte sich danach, für Christus den Herrn das Martyrium zu erleiden, und er bat den heiligen Niphon um seinen Segen. Der hellsichtige Patriarch sah, dass dies der Wille Gottes war und segnete seinen Weg in das Martyrium. Makarios ging nach Konstantinopel und begann in einer Ansammlung von Türken über Christus als den einen wahren Gott zu sprechen. Die Türken schlugen ihn und warfen ihn ins Gefängnis. Als sie ihn vor Gericht brachten, rief Makarios ihnen zu, wenn ihr doch nur die Wahrheit kennen würdet und euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen ließet. Die Türken enthaupteten ihn im Jahr 1527. Genau in diesem Augenblick sah dies der Heilige Niphon im Geist und teilte einem Mönch mit, dass Makarios den Märtyrer-Tod erlitt, indem er sagte, Wisse, mein Kind, dass dein Bruder Makarios heute den Märtyrer-Tod erlitt und in den Himmel getragen wurde, wo er feiert und frohlockt im Herrn. Mögen wir durch seine Gebete der Seligkeit würdig werden. Die gottgeweihte Maria von Tarsus führte zuerst ein Leben, das völlig der Ausschweifung hingegeben war. Zwei Mönche reisten durch Tarsus und machten Rast in der Taverne, wo Maria ihrem Gewerbe nachging. Als sie sich den Mönchen näherte, wurde sie von ihnen getadelt und beiseite gestoßen wegen ihrer Unreinheit. Da wurde sie plötzlich von Reue ergriffen und gelobte, niemals mehr zu sündigen. Die Mönche brachten sie in ein Kloster, in dem Maria dann ein asketisches Leben bis ins hohe Alter führte. Sie wurde gewürdigt, schon zu Lebzeiten Wunder zu wirken. Lobeshymne Das ehrwürdige Kreuz Rette, o Gott, dein Volk, rette Gebieter. Durch dein ehrwürdiges Kreuz erleuchtest du uns, durch das Kreuz führst du uns. Das Kreuz ist Kraft und Zeichen, das Kreuz ist Erlösung. Rette, o Gott, den Patriarchen und dem serbischen Bischofssynod, gewähre die Stärke, deinem ehrwürdigen Kreuz zu dienen. Das Kreuz ist Kraft und Zeichen, das Kreuz ist Erlösung. Rette, o Gott, all jene, die im Staat Verantwortung tragen, möge das allheilige Kreuz sie schützen. Vor dunkler Zerstörung, das Kraft ist Kreuz und Zeichen, das Kreuz ist Erlösung. Rette, o Gott, alle Menschen, die zu dir beten. Durch dein Kreuz mögen sie schnell jede Bedrängnis überwinden. Das Kreuz ist Kraft und Zeichen, das Kreuz ist Erlösung. Betrachtung Wie eine Kerze an einer anderen entzündet wird, so können gute Werke sich an anderen entfachen. Ein Adliger entschied, einer Kirche ein goldenes Kreuz zu schenken, und er fand einen jungen, doch unerfahrenen Goldschmied, gab ihn eine große Menge an Gold und sagte ihm, er solle das Kreuz so gestalten, wie es ihm gefiele. Als der arme Goldschmied sah, dass der Adliger ein solch großes Opfer um seiner Seele willen darbrachte, wurde er in seinem Herzen in der Liebe zu Gott entflammt und entschied von sich aus noch zehn Goldstücke dem Batzen Gold des Adligen beizufügen. Als das Kreuz fertig war, wog es der Adlige und entdeckte, dass es schwerer war als das Gold, das er dem jungen Schmied gegeben hatte. Er begann ihn sofort als Dieb zu beschimpfen, da er wehnte, er hätte etwas von dem Gold abgezweigt und dies durch ein schwereres Metall ersetzt. Als der junge Mann den Adligen auf solche Weise zöhnen sah, bekannte er seine Tat. Ich habe etwas von meinem eigenen Gold hinzugefügt, sagte er, wie die Witwe ihre zwei kleinen Münzen gab, um gemeinsam mit dir Christi Lohn zu empfangen. Als der Adlige dies hörte, war sein Herz berührt und er sagte zu dem jungen Mann, Von diesem Tage an bist du mein Sohn und der Erbe all meiner Güte. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über Jerobeams Übertretung und Gottes Strafe. Erste Könige Kapitel 12 bis 13 Wie Jerobeam zwei goldene Jungstiere herstellen ließ und dem Volk befahl, es solle sie als Götter anbeten. Wie ein Prophet Jerobeam Gottes missfallen verkündete und auf wundersame Weise den Götzenopferaltar vernichtete. Wie Jerobeam seine Hand gegen den Propheten ausstreckte, sie jedoch verdorrte und nur durch die Gebete des Propheten wiederhergestellt wurde. Homilie Über die Wahrheit des Zeugnisses Christi Auch wenn ich über mich selbst Zeugnis ablege, ist mein Zeugnis gültig. Johannes 8, Vers 14 Wenn das Licht Zeugnis ablegt über die Existenz der Sonne, ist dieses Zeugnis wahr. Das Licht lügt nicht. So legt auch der Herr Jesus wahres Zeugnis über alles ab, was er bezeugt. Er kam unter die Menschen herab als himmlischer Zeuge, um Zeugnis abzulegen über die Existenz des Dreieinen Gottes, über die heiligen Engel und heiligen Seelen. Die Liebe Gottes zu den Menschen, seine Vorsehung gegenüber den Menschen, die Kraft der Gerechtigkeit über die Ungerechtigkeit, die Macht der Wahrheit über die Unwahrheit, die ewige Seligkeit der Gerechten und die ewige Qual der Sünder. Die Auferstehung von den Toten, Gottes Gericht und viele andere Dinge, von denen der Mensch unter dem Schleier der Sünde nur eine schwache Ahnung hatte, von denen er nichts wusste oder an die er nicht mit Gewissheit glaubte. Vor allem anderen bezeugte er, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist, seinem Vater im Wesen in der Macht und Liebe gleich und gleich auch dem heiligen Geist Gottes. Der Zeuge musste zuerst über sich selbst Zeugnis ablegen, sodass durch sein Zeugnis andere Geheimnisse glaubhaft würden. Vom Standpunkt der reinen und unveränderlichen Wahrheit aus war jedes Zeugnis Christi wahr. Doch vom Standpunkt der umnachteten Hebräer aus waren sie nicht wahr. Für Gott und seine Engel, für die Gerechten in der Zeit wie in der Ewigkeit, ist sein Zeugnis wahr und daher sagt er, mein Zeugnis ist wahr. Doch für den umnachteten und verhärteten Sünder ist dieses Zeugnis nicht wahr und daher sprach er zuvor zu den Hebräern, wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Johannes 5, Vers 31. Das bedeutet, es ist nicht wahr für die Hebräer, obgleich es an sich die wirkliche Wahrheit ist. O allgesegneter Herr Jesus, Sohn des lebendigen Gottes und unser einziger Retter, erlöse uns von der Ohnmacht des sündigen Geistes und dem Übel eines sündigen Herzens. Erleuchte uns mit dem Licht deiner Worte, die ewig wahr sind. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.